Einen wunderschönen guten Abend. Ich dachte, ich melde mich mal hier live aus meinem Auto. Ich fahre gerade nicht. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, deswegen kann ich hier wild mit den Händen rummachen. Ich habe das neue Google Pixel 9 Pro und dazu die von Google verkaufte Hülle von Bellroy, die einen MagSafe-Magneten drin hat, den MagSafe-Standard. Und dazu habe ich mir eine passende Autohalterung geholt, die jetzt quasi links vom Lenkrad sitzt und automatisch mit auflädt. Das heißt, das Kabel ist da fix mit drin und ist hier im USB-Anschluss von meinem Auto drin. Und ich kann ja direkt kabellos laden. Das macht richtig Spaß. Es ist sinnvoll. Und ich habe mein Handy direkt mit der Hand dann weg davon. Der Magnet ist super stark. Passt. Und ich bin dann schon am überlegen, dass ich mir so einen Tripod hole. Wenn du deine Variante kennst, schreib es mal gerne in die Kommentare, wo ich dann quasi mit MagSafe auch direkt das Handy einfach drauf machen kann. Ich habe dann meinen Tripod und kann dann meine mobilen Videos damit machen. Gerade jetzt für die kommenden Messen ist das durchaus sehr spannend. Und ich bin gespannt, ob du irgendwelche Vorschläge hast. Also schreib es am besten mal in die Kommentare. Das ist jetzt übrigens die Frontkamera von Google Pixel 9 Pro. Habe ich mir deswegen auch die Pro-Version geholt, weil da die Frontkamera eben nochmal um einiges besser ist. Und ich finde die Qualität einfach grandios für eine Frontkamera. Und auch das Mikrofon bin ich ziemlich begeistert. Also ich freue mich auf deine Hinweise zu möglichen Tripods, die ich mir anschauen kann. Und ich kann dir empfehlen, schau dir das Google Pixel 9 Pro an. Und ich verlinke dir auch nochmal unten die Halterung fürs Auto, die ich mir gekauft habe. Mach's gut. dass du ja ein alles ausbildern. weil du�osst das Computer 6 Pro 광 computation pickst. Was ichinfeldiniz? Und stockt das an. Und wir sagen,